Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute zeige ich euch, wie man lästige Lags auf Twitch unterbindet. Dazu müssen wir zunächst auf unseren Browser gehen. Ich benutze hier Chrome, aber natürlich könnt ihr auch jeden x-beliebigen anderen Browser wie z.B. Firefox oder Internet Explorer benutzen. Als erstes brauchen wir den VLC Player. Wer ihn noch nicht hat, geht auf die Seite www.videolan.org Dann klickt ihr einfach auf den VLC herunterladen. Das dauert nur ein paar Sekündchen. Wartet kurz ab, bis der Download fertig ist. Als nächstes brauchen wir noch den Livestreamer. Den findet ihr auf der Seite www.livestreamer.io Die Links packe ich euch natürlich mit unten in die Videobeschreibung rein. Dann klickt ihr einmal auf Installation und sucht euch, wenn ihr Windows habt, einmal runterscrollen, bis ihr zu Windows Binaries kommt und dort klickt ihr bitte auf den Installer. Da. Das geht auch ganz fix und wird runtergeladen. Falls ihr natürlich ein anderes Betriebssystem wie Linux oder Mac benutzt, dann müsst ihr natürlich hier für den Mac, müsst ihr hier raufklicken, glaube ich zumindest, und Linux halt hier oben. Das müsst ihr dann aber selber herausfinden, wie das funktioniert. Okay. Wenn die Downloads abgeschlossen sind, dann müssen wir erst einmal zu den Explorer wechseln. Nicht zu verwechseln mit dem Internet Explorer. Sucht den Ort, an dem ihr eure Downloads runterladet. Bei mir war das jetzt in meinen Dokumenten auf Livestreamer Downloads. Und dort installiert ihr dann bitte einmal den VLC-Player, indem ihr auf die Extra-Datei doppelt klickt. Einmal bestätigen, ja. Und dabei bitte den Dateipfad auch so lassen, wie er wirklich angegeben ist. Ansonsten funktioniert der Livestreamer nicht. Ich habe es jetzt leider schon installiert, hier den VLC-Player. Aber ihr klickt einfach immer auf Weiter und dann ist er irgendwann fertig. Dauert wirklich ein paar Sekündchen nur. Und danach doppelt klickt ihr auf die Extra-Datei von dem Livestreamer, um den zu installieren. Klickt einfach auf Next, I agree, wieder auf Next und dort den Destination-Folder. Aber bitte auch so lassen, wie er ist, also in C-Program Files x86. Es dauert auch nur ein paar Sekündchen. So, fertig. Klickt wir auf Next. Ägchen raus und Finish. Okay. Als nächstes müssen wir dorthin gehen, wo wir den Livestreamer installiert haben. Also das war auf C, Programme x86. Dann den Livestreamer. Den Browser können wir mittlerweile mal zumachen. Und dann sucht ihr euch die Datei Livestreamer Excel raus. Am besten macht ihr dort einen Rechtsklick. Gedrückt lassen die rechte Maustaste und zieht einmal die Datei auf dem Desktop. So schaut es dann aus bei euch. Und erstellt eine Verknüpfung auf dem Desktop. Oh, wo ist er? Hier, dort ist er bei mir. Ähm, dann hier auf diese Verknüpfung einmal einen Rechtsklick. Und dann gehen wir auf Eigenschaften. Und als Ziel, ja, ähm, hier steht C, Programme x86, Livestreamer, Livestreamer.exe. Und hinter diesen Apostrophs lasst ihr einmal ein Leerzeichen. Dann geht ihr auf Twitch.tv, Slash. Dann den Kanalnamen, den ihr schauen möchtet. Also unser Kanal wäre zum Beispiel Mr. White and Mrs. Pink. Oh, da macht ihr wieder ein Leerzeichen und schreibt dahinter Source. Alternativ, ähm, also Source bedeutet, ähm, dass ihr genau die Qualität empfangt, die der Streamer auch sendet. Alternativ könnt ihr statt Source natürlich auch Best schreiben. Das ist für die beste Qualität, die möglich ist. Ähm, falls ihr ein schwaches Internet habt, dann würde ich euch empfehlen, geht auf Medium, wenn es immer noch laggt. Und falls es beim Medium wirklich noch laggen sollte, was ich wirklich nicht glauben sollte, könnt ihr natürlich auch noch auf Low gehen. Aber ich habe es immer ganz gerne, wenn es auf Source ist. Okay, dann klicken wir einmal auf Übernehmen und auf OK. Und wenn man jetzt auf Livestreamer.exe hier auf die Verknüpfung kommt. Und öffnet sich ein kleines Fenster. So. Okay. Was ist passiert? Äh, und zwar, ähm, das funktioniert nur, wenn der Kanal auch online ist auf Twitch. Ähm, da wir jetzt nicht online sind, funktioniert das Ganze nicht. Wir suchen uns mal ganz kurz einen anderen Kanal. Hm. Wir haben Steve Memories hier. Das ist einfach zu merken. Wir gehen wieder auf Eigenschaften und statt dem Mr. White und Mrs. Pink. Obwohl, nein, ich mache es anders. Ich mache es anders. Ihr habt ja bestimmt mehrere Kanäle, die ihr wirklich gerne schaut. Das heißt, wir benutzen, äh, wir benennen das mal um. In Mr. White und Mrs. Pink. So. Das packe ich mal hier oben mit rein. Wir stellen uns hiervon nochmal eine neue Verknüpfung. Ah, dann sieht man es besser. Wir können die dann auch umbenennen. In Steve Memories zum Beispiel. Und ihr könnt natürlich auch Livestream Steve Memories, wenn euch das lieber ist. Ähm, klickt wieder auf Eigenschaften mit der rechten Maustaste. Und statt Mr. White und Mrs. Pink nehmen wir jetzt unseren Steve Memories. Klicken auf Übernehmen und auf OK. Und wenn wir jetzt hier rauf klicken, dann startet automatisch der VLC-Player. Da ist ein Pink. Fallen wie viele Kills hier. Mach mal hier. Ja, OK. Ich mach mal hier kurz den Ton aus. Den müssen wir uns nicht mit anhören. Ähm, ja. So ist das. Dieses Fenster bitte nicht schließen. Ansonsten funktioniert das nicht. Und ihr könnt so viele Verknüpfungen jetzt erstellen, wie ihr möchtet. Einfach hier nochmal Verknüpfung erstellen. Zum Beispiel zu dem lieben Bloody Online. Bloody LP ist das, glaube ich, ne? Oder auch noch zu einem guten YouTuber. Ähm, das wäre der Zwergtube. Grüße dich Zwerg. Okay. Ähm. Und natürlich dann hier auch bei den Eigenschaften. Dann hier statt Steve Memories natürlich hier den Zwergtube rein. Und hier bei den Bloody LP natürlich den lieben Bloody. Ja, ich glaube nicht, dass irgendjemand von denen online ist. Nee. Bloody nicht. Und Zwergtube auch nicht. Schade. Okay. Ähm, was kann ich noch sagen? Ähm, ja. Tut ihm Streamer eingefallen. Geht auf seinen Kanal. Zum Beispiel bei dem Steve Memories. Geht hier rauf. Ihr könnt pausieren. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Aber, ähm, falls ihr das nicht macht, werdet ihr nicht als Zuschauer gewertet. Was natürlich nicht im Sinne des Streamers sein kann. Weil der Kanal lebt wirklich von Zuschauern. Äh, und falls ihr mitschatten möchtet, könnt ihr einmal hier den Chat auspoppen lassen. Und zwar einmal hier auf dieses Zahnrad-Symbol. Und dann auf Pop-Out. Zack. Schon habt ihr den, den Chat hier. Und dann könnt ihr natürlich dann auch verkleinern und so, ne. Und dann könnt ihr schön mitschreiben. Und habt trotzdem, äh, trotzdem noch ein schönes, großes Video. Alternativ, statt diesen Chat auspoppen zu lassen, könnt ihr natürlich auch ein Chatprogramm, äh, wie zum Beispiel Chatty verwenden. Aber wie das funktioniert, äh, das sage ich euch mal in einem anderen Tutorial. Okay, ähm, das war's jetzt aber auch. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Äh, schreibt, ähm, ja, lasst mir einen Kommentar da. Gebt mir einen Daumen hoch. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Und bis demnächst einmal. Macht's gut. Bye, bye.